ok dann da ja mein stream schon läuft jetzt auch noch mal ganz offiziell hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren treffen der anonymen alkoholiker nein natürlich nicht sondern von crazy5 youtube und wie man auch wieder an meinem outfit heute sehen kann und an den handbewegungen von sven wird es heute wieder total verrückt ja weil wir haben ja auch käft dabei das ist sowieso der bekloppteste den es gibt sagte der mit der hundermaske unsere gruppen domina ist auch wieder da ja wir wollen uns wieder mit dabei und dann haben wir hier noch den sexuell verwirrten jascha der will heute ja auch mal mitmachen und ja wir werden jetzt gleich ein bisschen wieder playlist spielen und ganz am ende machen wir noch ein bisschen monster stanz ja wir hatten eigentlich noch was anderes geplant aber der enrique heute fehlt ja ist es heute noch mal ein bisschen geändert wurden das gebe ich noch mal ab hier an den salzigsten salzstreuer der salz ich mag es eigentlich scharf über den blonden stück hier sieht ja schön dass ihr dabei seid wie gesagt auch bei mir wo sich natürlich meine zuschauer und er freut mich tatsächlich dass heute quasi tatsächlich mal zu fünftes und das bei fehlen noch eine weitere person sogar aber gut ok heute machen wir mal ein bisschen playlist und dann gucken einfach was passiert dann starten wir sagen jetzt genau mal das ganze hier noch mal starten wir das mal hier alle sind eingeladen heute gibt es der tolle gegen rock ich habe hier zu fünf das wird interessant hast du versucht zu sagen was wir gerade machen ja so weg mal los würde ich sagen ihr werdet alle sterben ok wir werden alle sterben die zeichen sind eindeutig das kind darfst weiten mit marcus gegen baby und jascha ach das machen wir schon ja man weiß direkt hier kenn ich machen das frauen eigentlich ist es zwei gegen zwei und kiff ist irgendwie dabei alle machen sie kämpfen werde ich irgendwo mit muskelsalz werden oder was aber wir können nicht dafür es ist ein kevin was die 20 zentren für das wort macht und scheiße das kann ja gut werden das ist meins aber ja wir tun immer nur zwei mal die autos wecken wobei das hier doch im sinn hat ja das hat hier ja gar keinen sinn bei den gepanzerten dann machen wir das hier lassen wir haben muss erst mal obendrauf landen wieder wie beim letzten mal aufgeben ja ich war fast oben ja du musst ja erst mal oben landen und dann mit den raketen die anderen was machst du da ich weiß bin als ich hallo was du bist schon baby ist immer so die klampe so klammheimlich ich war beinahe oben ich bin durchgesprungen ich bin durchgesprungen da liegt da was pink ist und das könnte das wenn sein das ist auch und ganz oben liegt doch irgendwas andere ist doch was anderes durch ist die wirklich schon oben du bist gerade da ist die wieder runter oder schade nein so hoch oder nein 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 ich bin oben siehst du hier raus geh weg ich war nicht ich war nicht ich habe aber dank ist wenn du hast mir gerade echt den arsch gerettet ja deswegen sind wir ja da mein baby tatsächlich wollte gerade auf mich gehen ich bin oben jetzt also fände ich den jahre bis zur ganzen seite ganz oben oder was hat mir noch nicht wo wir stehen ich wollte mich deswegen runter schubsen eigentlich aber sind wir sind alle oben außer ich habe ich bin tot ich wäre jetzt oben gewesen aber ja schade mich erschossen ist obwohl ich bin ja gerade also lief von 2 2 0 teils schießt achte ich die da ganz drüber aber ich bin ganz oben ich brauche da einfach nur worten und haben gewonnen kommt man überhaupt weiter hoch jawohl wir haben gewonnen ich habe kevin gerade gesehen und hat aufgedrückt und mich selber erschossen die luft das stimmt vorher ja aber ich sage mal so kämpft das ist jetzt wenn wir ein arsch rettet ist ja auch nicht nur weil sie hält ihm ein arsch hin also peri der du weißt bescheid was nicht so abgeht du brauchst brauche unterstützung von dir ich hatte sich vor der runde noch anders an den salz aus den händen legen jetzt auto steigen und den salz aus den händen legen okay das salz habe ich den gesagt habe ich voll in der aufgabe drin habe ich das nicht immer mit thomas gemacht denn den oder das hallo warum bist du schneller mit deinem chrome die ist leichter nein ich bin durchgesprungen knapp wieso steigst du aus kämpfen das war ich eigentlich oben da war und das ist vorbei jetzt hätte ich überfahren wahrscheinlich da war ich eigentlich oben schon oben war und wollte aussteigen und alles die karte haben das noch alles oben ja ich bin tot wie gesagt ich habe kopf heute aussteigen mit dem moment rutsch die karte ich bin ob es war aber dann wo ich mich hin will jawohl da sehe ich ein oder fliegen ich war schon oben aber ich hatte das auto leider nicht weil die türe war noch über der kante aber ich war oben aber ich kann nicht aussteigen weil sonst gleich heruntergefallen es werden ja schon ist genau unter dir jetzt bin ich oben nein ich fall runter du machst mir angst ja also er darf so und jetzt holen wir uns noch den märcher da kommt er her ja schon will dass männer kommen das ist auch sehr interessant ja okay was machst du unter mir von oben raketen runter schießen ist aber auch nicht in ordnung die granate kam gerade fast zu mir zurück nein habe ich die ja die granate habe ich noch erwischt also ich weiß ja nicht was du da noch machst du hast dich direkt unbeliebt glaubt mal das kommt nie gut direkt drauf zu hauen das ist alles nur dieses vorladen um zu zeigen dass ihr auch vielleicht was kennt das hat gerade einer gefuckst bei mir im hintergrund ich kriege immer die krummkarre die krummkarre ja auch das wer nimmt immer dass das pinke mobil und jetzt der war nie mal und schalte diesen kurz nicht ich war ganz oben und dann bin ich noch gefallen ich bin noch eine extra runde dieser da oben beide ich war auch schon oben aber drauf war da aber dann soll doch noch ich sehe es auch ich habe die pakete unser mann ja immer aber immer markus da brauchst du dich gar nicht mehr zu bemühen das ist schon klar der findet bei der findet er auch autos ich kann mir schon mal da auf dem tennisplatz war die haben ja mehrmals gespielt immer wieder da kam ja mit meinem auto um die ecke da war ich mir auch autos hingestellt habe als das ding erstellt habe ich habe mir überall ich habe mir überall autos platziert auf der karte wir haben eingestellt ich habe die tennismetter die haben wir glaube ich vier mal gespielt oder so ich mache wenigstens noch eine runde für uns aber wir haben lange nicht mehr gespielt jetzt meine tennis ich habe die jetzt in der letzten wo ich das alles geschnitten hat dreimal drin oder so also ich wollte das mit dem flach legen das ist aber anders gemeint ja also so nicht ich war oben wir gerade mein charakter steigt aus und die wollen rand mein auto runter natürlich mein charakter ist das jemand von uns weg und gewonnen mein auto hat gebrannt und ich wollte auch aussteigen ja ich habe zwei gerade drei geworfen ich habe nämlich genau dem dann da also ich würde sagen was stimmt die der markus stirbt oder kevin schießt ich hieß da beide weg ihr kamen wie zu dritt habe ich zugeflogen die erste granate kam schon nach kann er das ist ja wenn er hat den tod sozusagen auf mich genommen und dann nächste runde ihr seid beide durch die granaten gestorben aber aber es wird schon recht kies hat gerade eine runde entschieden irgendwas stimmt ja und jascha sagt ja für eine runde hole ich euch weiß ich glaube das ist ein wacke oder so zur ersten runde war gewonnen kevin die ersten werden die letzten sein abwarten erstmal bist du letzter und ich erster du kannst gerne bleiben weiß ja was da getauscht wird so weiter geht's nächstes a so Untertitelung des ZDF für funk, 2017